Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich Gewindestangen mit einem Indektionsmörtel in die Wand bzw. auch im Beton einkleben und somit natürlich auch richtig befestigen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich habe mir für zu Hause mal so ein Schwerlastbefestigungsset in der Größe M8 zugelegt und das Ganze möchte ich jetzt natürlich im Beton und vor allem auch in Ziegelstein mal richtig befestigen. Natürlich funktioniert es auch bei anderen Herstellern bzw. anderen Größen relativ ähnlich. Für unsere Gewindestangen M8 benötigen wir einen Bohrdurchmesser von 10 mm und von der Bohrtiefe her würde ich natürlich so tief wie möglich gehen, dass wir aber am Ende hier oben auch noch etwas Platz haben, um unser Bauteil zu befestigen. Bedeutet, wenn ich hier zum Beispiel ein Bauteil mit 1 cm Länge bzw. Dicke befestigen möchte und die Mutter hier oben einen halben Zentimeter dick ist, sollte am Ende mein Gewinde hier oben vielleicht 2 cm bzw. 2,5 cm rausschauen. Bei mir ist die Gewindestange jetzt genau 11 cm lang, weswegen ich das Ganze auch mal ca. 9 cm tief bohren werde. Die Bohrtiefe habe ich mir eingestellt und jetzt natürlich auch Schutzausrüstung wie zum Beispiel Schutzbrille und Gehörschutz bitte nicht vergessen. Dann können wir auch schon beginnen. Als nächstes müssen wir für die optimale Verbindung unser Bohrloch einmal viermal mit so einem speziellen Ausbläser auspusten, danach viermal mit so einer Bürste hier den Bohrstaub noch einmal rausbürsten und dann am Ende wieder viermal auspusten. Noch ein kleiner Tipp, wenn wir mehrere Gewindestangen einkleben möchten, dann würde ich zuerst einmal alle Bohrlöcher dementsprechend vorbereiten und danach unseren Injektionsmörtel hier hineingeben bzw. auch die Gewindestangen einkleben. Würde ich jetzt zum Beispiel nur das eine Bohrloch hier schon in den Mörtel einbringen, dann könnte es einfach sein, dass bei sehr hohen Temperaturen der Injektionsmörtel zu schnell anzieht und am Ende das Ganze hier drin bzw. im Statikmischer auch schon antrocknen kann. Ich zeige es für das Video aber nur bei diesem einen Loch, weswegen ich jetzt auch schon mal die Verschlusskappe von meinem Injektionsmörtel ganz einfach gegen den Uhrzeigersinn entfernen kann und danach auch schon meinem Statikmischer hier im Uhrzeigersinn ordentlich aufdrehen kann. Danach kann ich diesen auch schon in meine Kartuschenpistole einmal hineinsetzen und wir sollten erst einmal einen circa 10 cm langen Streifen hier ziehen und natürlich diesen Mörtel bitte nicht verwenden, da der einfach noch nicht richtig gut durchmischt ist. Laut Hersteller müssen wir für diese Bohrlochgröße einmal zwei solche Skalenteile hier vom Bohrlochboden aus beginnend in das Loch hineingeben und wenn am Ende circa zwei Drittel von dem Bohrloch mit Mörtel befüllt sind, dann können wir auch schon mal unsere Gewinnestange mit leichten Drehbewegungen in das Bohrloch hineingeben, so dass der Mörtel wirklich ordentlich in die Gewinnegänge hineingeht. Überschüssigen Mörtel können wir danach ganz einfach mit einem Tuch hier oben entfernen, bei mir schaut es aber trotzdem schon relativ gut aus und laut Hersteller müssen wir jetzt bei einer Bodentemperatur von circa 20 Grad das Ganze mal für ungefähr 60 Minuten aushärten lassen und danach können wir unser Bauteil hier auch schon mit einer Beilagscheibe und natürlich mit so einer Mutter von oben hier ordentlich befestigen. Bei einem Lochsteinmauerwerk gehen wir relativ ähnlich vor, nur dass wir dieses Mal solche speziellen Siebhülsen mitverwenden müssen. Diese haben einfach den Sinn, dass natürlich der Mörtel sonst in unseren Hohlräumen in der Mauer ganz einfach verschwinden würde und durch die Siebhülsen wird das Ganze gehalten. Bedeutet, ich muss erst einmal schauen, wie lang sind diese Siebhülsen, bei mir genau 85 Millimeter, weswegen ich jetzt einmal ein Loch mit 85 Millimeter Tiefe und dieses Mal aber mit einem Durchmesser von 12 Millimeter bohren werde. Falls wir beim Bohren auf keine Hohlräume gestoßen sind, sondern zum Beispiel in eine vermörtelte Fuge getroffen haben, dann jetzt am besten einfach zweimal ausblasen, zweimal mit der Bürste reingehen und dann noch einmal zweimal ausblasen. Falls du aber wie bei mir hier so in eine Hohlkammer getroffen hast, dann müssen wir hier gar nichts machen. Als nächstes die Siebhülse mal bis auf Anschlag hineingeben, beziehungsweise bis wir natürlich hier vorne bündig sind und gegebenenfalls einfach mit einem Hammer etwas nachhelfen. Und ich werde mal sechs Skaleneinheiten in die Siebhülse hineingeben, da laut Tabelle von der Firma Fischer zehn Skaleneinheiten bei der Variante M12 verwendet werden sollten. Das Ganze befindet sich übrigens auch in der Innenseite von unserem Injektionsmörtel. Der Mörtel hat sich jetzt auch in unsere Hohlräume etwas abgesetzt und nun natürlich unsere Gewindestange mal wieder relativ zügig mit leichten Drehbewegungen in die Siebhülse beziehungsweise in den Mörtel hineingeben. Auch hier könnten wir wieder überschüssigen Mörtel entfernen und nach 60 Minuten sollten wir auch dementsprechend wieder ein Bauteil ohne Probleme befestigen können. Und somit haben wir auch schon eine Gewindestange richtig eingeklebt. Und wenn du so ein Injektionsmörtel jetzt übrigens später noch einmal verwenden möchtest, dann unbedingt auf das Ablaufdatum dementsprechend schauen. Also bei mir wäre das Ganze noch circa ein Jahr haltbar. Und dann können wir nämlich auch schon diese Statikhülse hier vorne ganz einfach drauf lassen. Das Ganze wird hier vorne auch relativ schnell fest. Und wenn wir den Injektionsmörtel dann nochmal verwenden möchten, einfach so eine neue Statikhülse kaufen und das Ganze natürlich dementsprechend austauschen. Wenn du dir für zu Hause auch so ein Befestigungsset, einen Ausbläser, eine spezielle Bohrlochbürste oder natürlich auch einen Akkubohrhammer zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.